Musik Bei Eintreffen schilderte sich das Bild für mich erstmal chaotisch. Rettungsdienst, viele Teile, die rumlagen, mehrere Personen rumgeirrt, da musste man erstmal gucken, sind die involviert oder sind es Ersthelfer, größtenteils waren es Ersthelfer. Und dann kam eigentlich so das schrecklichste Ereignis, zwei Personen, Sofort-Ex, zwei hat der Rettungsdienst in die Reanimation genommen, was dann aber leider erfolglos war. Ja, aktuell haben wir erstmal die zwei Zeugen betreut, die den Unfall live miterlebt haben. Ins Weiteren wird auch gerade noch ein Lkw-Fahrer betreut, der natürlich da vorne steht und alles halt anzieht, wie das Bild da vorne ist. Und des weiteren Verlaufs wird es dann auch so werden, dass wir auch die Kameraden der Feuerwehr Horschberg mit unterstützen werden und begleiten werden, wenn es dann zu Bergen losgeht. Soaverwehr Horschberg mit bowden Tolowsky Ich gehe dich um Rettungsdienst in Dezirk zuiabern sein Ich gehe einfach an, das einfache beglemmet sein